da sind wir wieder der klettert hier gerade einfach mal die leute es geht gar nicht klar und wird stuttgart und 1 ich will nicht runter alle unterlieben auch sorry das war zu tun da ist so voll Mann Ich hab einsteig. Fuck, ich wusste das. Ja. Leute, wir hätten dann noch mal Schaden bekommen gerade. Du oder ein Tommy? Weiß ich nicht. Ja, wir sind mega scheiße mit Kommentieren und so. Das wissen wir, aber wir sind einfach geil. Ja, wir sind auch geil, ne? Einfach mal, einfach mal so sagen, wir sind. Ja, scheiße auf Kong, scheiße auf Fieldsmith. Wir sind geil. Ne, ich fahre. Ja, genau. Wir sind voll scheiße, weißt du? Wir sind diese Möchte-Gehendels-Player, die nichts drauf haben. Ja, genau. Sag ich doch, wir sind voll geil. Ja, sag ich doch, wir sind voll geil. Ja, genau, wir sind voll geil. Nein, sind wir nicht. Wir sind mega premium. Wir sind einfach zwei behinderte Vorspackos, die nichts anderes zu tun haben. What the f- Hey, geh doch mal kämpfen. Hallo, Knecht! Hallo! Ja, nö. Du hast das Diamondschwert. Ich hab kein Diamondschwert. Ich hab ein Schnellschwert. Das ist gelogen. Ich hab, ich hab ein Holzschwert. Ich hab gar kein Schwert. Ich hab ein Ziegel. Valka? Ja, aus Poken. Guck mal, hier. Hier, hier, da fällt dir so ein Schmerz runter. dann musst du es nach oben halten leben müssen und dann nö hast du halt mein Problem äck und ich bin auch nicht mehr auf die richtigkeit minecraft skill jumps wo ist meine wolle von dem schaf ich habe keine wolle geklaut ja weiß ich siehst du wieso fragst du dann vergiss es immer die inkompetenten hier das kann ich nicht wahrsehen wie sie das so campen mit der hoffnung der kommt irgendwann mal raus aber der ist doch weil das zirkus ziel da drin ich hörte diese zombies vor seiner tür sind so wie diese zeugen jehovas oja fackeln fackeln for everyone ich habe einen ich habe einen schweiler was warte warte ok um ein ein alter jungen um da war ich gelandet für dich furchter Schwein keine Ahnung, das ist geflüchtet hat keinen Bock mehr auf uns guck mal da das ist doch furcht schnell oh mein Gott ich muss nur kurz ne Abtrier machen oh, noch ne Abtrier und dann bin ich hier gelandet und dann bin ich hier gelandet ist jetzt nicht so geil was denn alles safe alles safe alles klar geh doch mal raus ey oh, ein bisschen niedlich geh mal raus da ist ein Creeper ja, deswegen setz ich mal raus gehen effektisch der ist doch gar nicht mehr da nein, der ist gar nicht mehr da komm raus, komm raus, komm raus guck doch, der ist nicht mehr da blöde 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 schweinchen 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 ach stimmtchen oh oh Die Tür geht nach innen auf. Ja, was? Ja, dass die Tür dann anders platzieren soll. Ja, aber ich muss sagen, für heute machen wir es ein. Heute war es das, würde ich sagen. Mit Minecraft, ja, heute war es das. Tut uns leid für die erste Folge. Also, ja gut, für die sechste Folge. Aber, ja, jetzt geht es ja besser. Für die nächste Aufnahme probiere ich ein Texture Pack zu finden, was mir gefällt. Ja, was euch gefällt, ist euch scheißegal. Nein, hat Spaß, ja, okay, doch, eigentlich schon, ja, ne, eigentlich nicht, ja, doch, eigentlich schon. Ja, so. Hey! Hey! Du, 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 du! Ich mache jetzt eigentlich eine Halbflug zwei, ich habe einen Schlagstock. Los, heb das auf! Ja? Ja, guck mal, der brennt. Ja? Ja, Barti! Da kommt nicht so einer. Guck mal, wie der denkt. Guck mal, wie der denkt, der wird schon... Aua, die machen Schaden. So, zum Abschluss. Du. Ich habe ausher Schlag Here. Ja, drei, Land. Man muss es nicht mehr gut sein. önersuchen mit. Dann einmal gehen.